Geh wieder. Danke. Am besten ich speichere hier nochmal. Du gehst bitte auch. So, wenn ich das jetzt nicht treffe, dann weiß ich auch nie. Danke. Du kannst neben denen stehen im Schatten, die sehen dich nie. Aber dann, wenn es wichtig ist, dann sehen sie sich natürlich. Ups. Geh wieder. Komm, geh. Shit. Ja, ich hab meinen Spaß. Total. Ich bin voll. Lustig drauf. Tralala und hopsasa. Tirelli. Ihr wisst schon. Das Übliche. Nein. Nun, jetzt kommt der noch. Genau. Verpisst euch doch. Bitte. Ich fühle mich beobachtet. Ich mich auch. Bleib! Wieso renne ich nicht? Jetzt renne ich. Gut. Ist das überhaupt der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ich hab keinen Bock hier. Minimet, bitte. Danke. Ich glaub, ich muss hier hoch. Ja. Ja. Mhm. Ich glaub, das sollte so sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Hä? Oh. Wohlang? Natürlich überall durch. Ach. Ich würde am liebsten durchrennen. Hatte ich schon gespeichert? Nee, es geht grad nicht. Okay. Okay. Wehe. Nein. Was war das gerade? Muss man nicht verstehen, oder? Wahrscheinlich nicht. Ach, jetzt bin ich hier. Das ist ja nett. Ich mach's jetzt einfach auf. Ist mir egal. Ich hab keinen Bock auf euch, ey. Sei so shit. Shit. Könnte ich hier vielleicht durchrennen? Ich könnte es probieren, aber ich sehe jetzt schon, dass das nichts wird. Hey. Wo muss ich hin? Dahin? Ja, dann... Spring! Spring, alter... RAAAGH! Schon gemerkt, dass ich total genervt bin von dem Spiel? Die Tent, ne? Ich stehe! Ich stehe! Hörbe und! Ah! Jetzt bin ich dran! Der Mistkerl ist entwischt. Die Götze werden dich holen. Ich muss erst mal gucken, wo ich langen muss. Tut mir leid. Hä? Okay. Schön. Rechts muss ich langen. Okay. Moment mal. Ganz kurz. Ganz kurz. Also theoretisch muss ich ja sowieso darunter, ne? Was ist denn eigentlich, wenn ich da lang gehe? Wie viel Heilung habe ich noch? Oh. Der steht nur da rum. Okay. Okay. Ich muss einfach mal... Ups. Das machen. Vielleicht hilft das ja. Mhm. Speichern? Gut. Wie muss ich denn da langen, hä? Okay. Gut. 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 So viele Möglichkeiten! Oh mein Gott! Ist mir doch egal. Ich glaube, ich werde die jetzt anziehen. Ist ja beschuldet, wenn sie da was lassen. Ich mach das mal zu, ne? So, also die sind schon mal weg. Ich weiß ja nicht, wo man da reinkommt, da unten. Ach, ich hasse das, ey. Was, du willst die Mappern gucken? Ne, das geht nicht mit einer Taste. Am Ende wird die Tastik, aha! Einfach mal aus Prinzip das noch benutzen. Das ist auf jeden Fall die Aufnahme, wo ich am meisten gestorben bin, würde ich meinen. Dankeschön. Zumachen. Zumachen. Da komm ich nicht durch. Aber hier? Was gibt's da? Ich glaub nichts. Gut. Aber ich muss hier hin. Das ist schön. Hab's da irgendwie geschafft, ne? Mit 10.000 Mal sterben, aber trotzdem. Ich bin nicht hier, um jemanden zu töten. Warum setzt ihr die Verfolgung fort, Garret? Ihr wollt die Urkraft für euch selbst. Die Energie ist mir egal. Ich will das Mädchen. Gebt mir den Stein. Dann salbe ich euch, damit ihr die Urkraft spüren könnt. Es ist wunderbar, Garret. Ihr rettet niemanden vor der Schwermut, Orion. Ihr macht alle zum Monster. Gerade ihr solltet es verstehen, Garret. Verraten von meinem eigenen Blut. Er spartet mich weg und zerstörte mein Leben wie unser Vater. Mein Bruder hat diese Macht nicht verdient. Die Menschen sehen zu mir auf. Alte Männer, verbittert und gierig. Kämpfen um die Macht wie Hunde um Knochen. Ich bin kein Spielball. Niemand stößt mich mehr herum. Ich habe jetzt die Urkraft. Und du? Ich dachte, ich könnte dir trauen. Und selbst du willst meine Macht. Aus anderen Gründen, Aaron. Nein. Die Macht tötet dich. Oh. Jetzt interessiert es dich. Hat es immer. Ich glaube dir nicht. Ich glaube dir nicht! Joa. Okay. Und jetzt? Bis hierher gefolgt. Wenn ich die Urkraft nicht aus dir rauskriege, war alles umsonst. Muss ich lang? Ist das real oder die Urkraft? Was auch immer. Ist doch egal. Schön. Wir sind ersetzbar. Austauschbar. So gut wie die Leute, die wir machen. Hi. Nein. Nein. Hä? Bleib zurück. Nein. Bin ich hier richtig? Ja. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Zicken, ey. Frauen können so anstrengend sein. Geh weg von mir hin. Wo ist sie denn jetzt? Hä? Nein. Ich hasse das. Ich hasse das. Diese Abschnitte, wo man einfach nicht weiß, wo man hin muss. Hallo Aaron! Ah, da. Ach, da hinten muss ich hin. Pfff. Pfff. Oh, shit. Ach, shit. Nicht! Nein. Super, danke dafür. Wo muss ich lang? Geradeaus. Links hoch. Links hoch. Also links hoch und geradeaus. Malmöge. Wir schauen uns nach der Seite. Man. Malmöge. Das ist so egal, die Kürzlöge. Das ist so egal. Ist das nicht so egal. Ne? Keine Kürzlöge. Keine Kürzlöge. Das geht nicht mehr. Ich rutsche ab! Was? Verstehe ich jetzt zwar nie, aber okay. Achso, alles klar. Ja, ist okay, ist okay. Das ist heute nichts Neues. Ich bin doch schon halbtot. Was soll ich denn noch? Zu zweit? Hä? Loll. Dritt? Okay. Gut. Ist hier vielleicht gezeigt, wo ich hin muss? Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Anscheinend muss ich da hinten lang. Ich muss da oben. So eine Kacke. So. Okay. 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 Nein, nein, nein! Nimm ihn! Jetzt? Ich kann M nicht drücken. Ich krieg keine Mimimap, ich krieg keine Mimimap mehr. Ich hab genug. Bring es hinter dich. Garret! Garret, ich rutsche! Ganz ruhig! Die Kalle! Gib mir die Kalle! Garret! Garret! Nein! Garret, ich bin! Garret! Garret! Ich bin! Garret! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Ende war kein Happy End Aaron ist vielleicht tot, vielleicht auch nicht Das werden wir bestimmt im fünften Teil sehen oder so Ja Und ich bin nicht überzeugt von dem Spiel Es hat mir eigentlich praktisch gar nicht gefallen Ganz ehrlich Also die Story hat mir nix gegeben Der dämliche Typ hat mir nix gegeben Das geilste an dem Spiel war die Taube Die ist aber gestorben Äh, ja Naja Also ich hatte keinen Spaß am Spielen Außer vielleicht ganz am Anfang Als ich noch nicht wusste, dass es schlecht ist Also so schlecht, dass es mir nicht gefällt Ja Ja Ansonsten werde ich das jetzt deinstallieren Dafür, dass ich ziemlich viel Geld dafür ausgegeben habe Das ist ganz schön schade Aber naja, was soll man machen Juhu Naja Also ich habe die Story auch nicht so ganz Verstanden Weiß ich nicht Ich glaube, ich gucke mir mal andere Let's Plays an Was andere davon halten Bestimmt sind alle total überzeugt davon Aber naja Und man muss ja dazu auch noch sagen Dass ich ja mit Tastatur spiele Weil ich immer mit Tastatur spiele Vielleicht hat es auch daran gelegen Dass ich komplett gar nicht mit der Steuerung klar gekommen bin Und was mich am meisten gestört hat Dass man diesen Kackbogen für alles benutzen kann Aber nicht um Leute richtig zu töten Ich meine, ich habe einen Bogen Und ich erschieße Leute damit Hätte ich Leute erschießen können Also so richtig, ohne dass ich die zehnmal treffen muss Dann wäre das deutlich schneller gegangen Die ganze Sache Dann hatte ich nämlich alle durchweg gekillt Und dann hätte sich das erledigt Aber okay Naja, müssen sie selber wissen, wie sie das machen Ich meine, ich kannte ja auch keine früheren Spiele davon Ich kannte ja nur das hier Aber naja, gut Fakt ist, ich freue mich aufs nächste Let's Play Das ist dann sozusagen gegen den Frust Der sich hier die paarunddreißig Folgen aufgebaut hat Ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt im Endeffekt sind Aber naja Gut, dann würde ich sagen Ich sage jetzt nichts mehr dazu Wow, was für ein Satz Weil Ich glaube, man hat es deutlich gemerkt Wie ich zu dem Spiel stehe Während des Spiels Vor allem die letzten Parts Weil ich nur noch am Fluchen war Tut mir auch sehr leid, aber So ist es halt manchmal Wenn man sehr gefrustet ist Und gestresst Und so Naja, gut Danke fürs Zusehen Trotzdem Vielleicht Könnt ihr es auch einfach auf lautlos stellen Dann Könnt ihr das Spiel gucken, ohne mich zu hören Weil Naja, egal Gut Dann würde ich sagen, ich lasse das jetzt noch durchlaufen Vielleicht extra schnell Und dann sehen wir uns demnächst wieder hoffentlich Bis dahin Und Tschüssi Tschüssi Herzlichen Glückwunsch Du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen Du kannst die Stadt weiterhin erkunden Und jedes Kapitel sowie Kundenaufträge erneut spielen Fick dich